Hallo und recht herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Es ist mir eine Freude, dich wieder begrüßen zu dürfen und worum wird es heute gehen? Heute geht es um das Thema Steganographie und wenn du wissen willst, was es damit auf sich hat, wie man das in Java umsetzen könnte und was da so alles drumherum ist, dann bist du hier genau richtig. Steganographie, was ist das eigentlich? Also, bei dem Begriff Steganographie, das kommt so ein bisschen aus dem Griechischen, Steganos glaube ich heißt es und das heißt so viel wie verstecken, bedecken, nicht auf den ersten Blick sichtbar und damit sind wir eigentlich auch genau bei dem, was es damit auf sich hat. Es geht darum, Informationen so zu verstecken, dass man drauf schaut, sie aber nicht sieht und das kann man jetzt manchfaltig umsetzen. Hier gibt es auch einige Beispiele aus der Historie, wo das schon gemacht worden ist und es ist allerdings im Guten wie im Schlechten nutzbar. Im Guten, wenn man eben eigene Informationen verstecken möchte, ist also eine Form des Chiffre oder wird auch im Bereich der Kryptografie auch angesiedelt. Jetzt kann man sich natürlich überlegen, Plaintext, der einfach nicht sichtbar ist, ist das jetzt verschlüsselt, ja oder nein? Kann man natürlich vortrefflich diskutieren, aber man kann es eben auch schlecht einsetzen und deswegen habe ich das mit aufgenommen in dem Bereich der Service Security oder der, sagen wir mal, Themen, die es zu beachten gibt als Entwickler, auf die man so ein Augenmerk haben sollte. Und zwar kann ich natürlich damit auch Informationen aus Institutionen hinausbluten lassen, das heißt, ich sende etwas, was gut aussieht, aber es sind Informationen hinterlegt oder aber ich kann es natürlich auch als Payload nehmen, das heißt, Informationen kommen kontinuierlich rein und sind eigentlich Befehle hinterlegt, die dann zu Aktionen führen, um zum Beispiel kompromittierte Server innerhalb eines Netzwerks zu steuern oder ähnliches. Also man kann es gut als auch schlecht einsetzen, also einmal zum Rausbluten lassen von Informationen, man kann es aber auch zum Infiltrieren von Informationen nehmen, wo man eben Security Payload dort hinterlegt, man kann es aber auch zum Schutz von sensitiven Informationen benutzen, dass man eben Informationen versteckt, damit man sie nicht findet. Also man kann es gut, man kann es schlecht sehen, aber der Griff Steganografie sollte gehört sein und wie man das jetzt umsetzt und so ein paar Beispiele aus der Geschichte, das werden wir jetzt eins zu eins durchgehen. Kommen wir erstmal zur Geschichte der Steganografie, beziehungsweise wo wurde das denn schon eingesetzt? Und das hat mit Computern noch gar nichts zu tun, aber mit Informationsübertragung. Und zwar ein prominentes Beispiel oder wo es sehr stark eingesetzt worden ist, ist der amerikanische Unabhängigkeitskrieg. Dort haben britische, amerikanische auch andere Einheiten oder es wurde eigentlich auf beiden Seiten benutzt, war es so, dass sie eben Tinte entwickelt hatten, mit der man schreiben konnte, die unsichtbar war und damit hatte man ganz normale Briefe und in den Leerzeilen hatte man Informationen geschrieben oder Bilder gemalt und in freien Plätzen hatte man dann etwas geschrieben. Also man hatte die freien Plätze so ein bisschen ausgenutzt und man konnte eben diese Tinte mit Haushaltsmitteln herstellen, schrieb dann eben zusätzliche Informationen auf diese Papiere. Die Tinte trocknete, war unsichtbar und derjenige, der wusste, dass etwas dort drauf war, konnte eben über Feuer das Ganze dann erhitzen. Die Tinte wurde dunkel, sie wurde sichtbar und siehe da, die Information war wieder sichtbar und verfügbar. Das hat maßgeblich in der Spionage dieses Krieges zu Ergebnissen geführt. Also das war einer der Hauptmittel und Informationen eben an Behörden und so weiter, über Truppenbewegungen und so weiter, zu übermitteln. Und ist ein sehr prominentes Beispiel. Wenn du mehr Interesse hast, da etwas drüber zu lesen, dann such doch mal nach Steganografie und Unabhängigkeitskrieg. Da wirst du sehen, wie das da zum Einsatz gekommen ist. Das ist eine ganz interessante Geschichte und zum Kern des Ganzen, es war eben irgendetwas, was ich mir angeschaut habe und die Information war für mich nicht sichtbar. Jetzt gibt es das Ganze natürlich auch noch in der Cyber Security. Dort ist es eher so, dass ich mir überlege, wie kann ich Informationen in Datenströmen ablegen, ohne dass ich sie sehe. Das wird also auch heute noch eingesetzt für Informationen. Man muss sich später mal anschauen, wie viele Informationen kann ich denn eigentlich verstecken. Das werden wir dann sehen, wenn wir die verschiedenen Implementierungen von Steganografie dann durchgehen. Aber im großen Ganzen ist es so, dass auch hier eben Bildung der Texte, Binärdaten und und und, also Datenströme genommen werden. Dort werden eben diese anderen Datenströme eingebettet in einer Art und Weise, dass also ein Scanner, der sich diese Daten anschaut, nicht ohne weiteres erkennen kann, ist das jetzt eigentlich Information, die zu diesem Element gehört oder ist es eine Information, die additiv hinzugefügt worden ist. Kommen wir also zur ersten Form der Steganografie und das ist die Textsteganografie. Ich kann also einen Text lesen und was kann ich da verändern? Ich kann zum Beispiel die Schriftarten verändern, Abständen verändern, Leerzeichen verändern. Solche Dinge kann ich machen und kann so in diesem Text einen weiteren Text, also Zeichen einbetten. Das kann man jetzt verschieden kombinieren. Das Schöne dabei ist, dass es erst mal so eben nicht aufsehbar oder nicht sichtbar ist, weil man eben hier, sagen wir mal, nicht sichtbare Zeichen verwendet. Also nicht sichtbare Zeichen, Leerstände, Abstände oder Schriftartenwechsel, Abstandswechsel, also solche Sachen, Formatierung zum Beispiel. Solche Sachen könnte man nutzen, um Informationen zu hinterlegen. Wie die dann kodiert sind, ist viele andere Sachen, aber ich bin auf jeden Fall in der Lage, durch solche Strukturelemente Informationen dort in Text zu hinterlegen. Ich kann natürlich auch noch andere Sachen machen, dass ich sage, ich nehme jetzt, weiß es ich, jeden fünften Buchstaben, jeden sechsten Buchstaben. Das läuft dann aber nicht mehr wirklich unter Steganografie, sondern ist eben ein Ersetzen oder so ein Platzhalterschiffre. Das ist ein anderes Thema. Die Steganografie ist wirklich fokussierter darauf, die Informationen so abzulegen, dass du sie nicht siehst. Und damit sind es eben all die nicht sichtbaren Textzeichen, wie Abstände, Formatierung und so weiter. So, der nächste Punkt, wenn ich es in Text einbetten kann, dann liegt es auch nahe, dass ich das in Bildern einbetten kann. Und hier habe ich als Element die Bit-Tiefe, die mir zur Verfügung steht. Ich gehe davon aus, dass wenn ich ein Bild, ein natürliches Bild habe, also keine geometrischen, harten Kanten, Striche, Linien, sondern ein Bild von einem Baum, von einer Landschaft oder was auch immer, dass ich gar nicht genau weiß, welches Pixel jetzt genau wohin gehört. Und damit kann ich jetzt hingehen und von einem Bild, bei jedem Bildpunkt, den ich habe, der meinetwegen 8-Bit-codiert ist, das LSB, also das Bit mit dem niedrigsten Informationssprung, dass ich das nehme, das über alle Bildpunkte und da schlicht und ergreifend binär meine Informationen kodiere. Das heißt, ich schaue aufs Bild. Ich weiß gar nicht, ob da jetzt ein Tucken mehr Grau oder nicht Grau drin ist, sondern ich weiß schlicht und ergreifend, das ist dieses Bild. Und wenn ich weiß, dass Information drin ist, kann ich diese LSBs auslösen und kann daraus meinen Text dann wieder extrahieren. Sicherlich muss man jetzt zusehen, dass dieses Bild danach nicht mit JPEG komprimiert wird und dann habe ich eben das Problem, dass die Informationen schlicht und ergreifend durch die Kompressionsmethoden weg sind. Aber was ich machen kann, ich kann halt einzelne RGB-Channels kodieren. Damit habe ich jetzt drei Informations-Bit pro Bildpunkt. Und ich kann natürlich dann über die gesamte Matrix gehen. Und das gibt mir doch einen relativ großen Informationsgehalt, den ich pro Bild, gerade mit den heutigen Auflösungen mit 50 Megapixeln oder so, kann ich doch in einem Bild schon sehr, sehr viel Text unterbringen, ohne dass das nachweisbar ist. Sicherlich muss man sich hier überlegen, wie ich eben mit Bildkompressionsdaten umgehe. Und ich muss dem Bild natürlich auch besondere Eigenschaften anschauen. Also sind Bilder mit sehr filigranen Strukturen geeignet, also in Kombination mit einem Kompressionsverfahren oder etwa, wo ein bisschen mehr größere Flächen sind. Das kommt jetzt dann darauf an, wie ein entsprechendes Umfeld ist, also welche Kompressionsverfahren werden gewählt, wie robust soll dieser Code sein. Das heißt also, wenn ich auch solche Informationen hinterlege, dann kann ich natürlich Fehlerkorrigierende Codes dort einbauen. Ich kann Datenkompressionen einbauen, Resonanzen einbauen und, und, und. Damit ich robust bin gegen Drehungen, damit ich robust bin gegen zum Beispiel Größenveränderungen und, und, und. Aber im Großen und Ganzen, das Prinzip ist relativ einfach. Ich nehme jeden einzelnen Bildpunkt. Ich nehme das letzte Bit oder die letzten zwei Bit, je nachdem, wie groß die Bit-Tiefe von diesem Bildpunkt ist, und nutze das schlicht und ergreifend als Carrier für meine Information. Naja, und wenn ich in Bildern Informationen unterbringen kann, dann kann ich das auch in Audio daten. Das heißt, die Audio-Steganografie hat eigentlich denselben Mechanismus, den man zum Beispiel für die Kompression bei MP3 auch ausgenutzt hat. Bei MP3 ist ja so, ich habe den gesamten Frequenzgang, den ich technisch aufnehme. Das menschliche Ohr ist aber nur in der Lage, bestimmte Frequenzen zu hören, beziehungsweise auch bestimmte Frequenzen nur mit einer gewissen Genauigkeit zu hören. Und MP3 macht genau das, schneidet nämlich alles ab, was das menschliche Ohr gar nicht hören kann. Aber im Umkehrschluss kann ich das auch für die Informationsübertragung nutzen, weil ob ich da jetzt auch wieder die kleinsten Bits kippe und in welchen Frequenzen ich diese Bits kippe, kann ich ja gar nicht unterscheiden, ob das die Originalaufnahme ist, ob der Ton ein bisschen höher, ein bisschen niedriger eigentlich ist im Original, außer ich würde sie direkt übereinander legen. Dann würde ich natürlich Unterschiede feststellen. Aber auch da kann man Steganografien so seicht anbringen, dass es sich eher wie ein technisches Rauschen manifestiert. Und dann wird es schon ziemlich schwierig. Also auch in Audiodateien kann ich ganz normal über die Abtastpunkte, über die Abtastrate beim Digitalisieren, habe ich einzelne Punkte. Und dort kann ich auch wieder mit den niederwertigsten Bits eben hingehen und Informationen dort einbringen. Das Gleiche gilt natürlich wieder mit Kompressionsverfahren. Auch hier muss ich wieder die Abwägung zwischen robustem Code, maximaler Informationsdichte und so weiter einbringen. Aber letztendlich kann ich das so machen. Was haben wir also bis jetzt gehabt? Wir haben Bilder gehabt, wir haben Audio gehabt. Und die Kombination davon natürlich Videos. In Videos kann ich das ganz genauso machen. Ich kann die Tonspur für die Audio-Encodierung nehmen. Das ist sozusagen die erste Informationsspur. Die kann zum Beispiel auch zum Absichern der Information als Resonanzcode verwendet werden. Und dann besteht ein Video ja aus 25 Bilder pro Sekunde oder 50 Bilder pro Sekunde. Je nachdem, in welchem Video format ich das mache. Aber letztendlich sind Videos ja auch nur Bilder pro Sekunde. Und in diesen Informationen kann ich dann oder in diesen einzelnen Bildern kann ich dann auch wieder die Informationen einbringen. Das heißt, Video ist bestens geeignet, weil ich zwei Kanäle habe. Teilweise mit Stereo habe ich dann sogar noch zwei Audio-Kanäle und kann so hervorragend jede Menge Informationen dort unterbringen. Und je höher die Frequenz, also die Frames per Second sind, desto mehr Informationen habe ich. Weil zwischen 25 und 50 Frames per Second habe ich einfach mal die doppelte Menge. Und das in derselben Zeit. Also von dem her, das ist schon nicht schlecht. Außerdem, wenn man sich überlegt, dass man 2K, 4K, 8K-Videoströme teilweise produziert, die man übertragen kann, dann sind das schon recht gute Datenmengen, die man da verstecken kann. So, jetzt sind wir also hingegangen und haben uns angeguckt. Also Text, Bild, Audio, die Kombination. Aber es gibt natürlich noch andere Datenströme, zum Beispiel einfache Dateien. Hier kann man zum Beispiel PDFs nennen, die Metadatenblöcke haben. Hier kann man andere Dateiformate nehmen. Diese also ermöglichen Informationen in anderen Teilbereichen dieser Dateien oder schlicht und ergreifend auch einfach als Bendingstrom hinten dran zu hängen. Das heißt, ich habe ein ganz normales Dateiformat, was ein Ende, eine Endesequenz hat. Und dort hänge ich einfach noch mal ein paar Byte dran. Dann wird jedes Programm, was es liest, also was dieses Programm, also diese Datei verarbeiten soll, eben lesen bis zu diesem Stopp-Zeichen. Wird also ganz normal funktionieren. Nur die, die wissen, da ist noch hinten was dran, die können natürlich dann den Rest auch noch extrahieren. So, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu verstecken, weil natürlich auch genau auf solche Sachen achten, dann auch solche Sicherheitsscanner, die eben gucken, ist nach dem Stopp-Zeichen noch was dran oder, oder, oder. Aber es gibt eben auch noch, wie gesagt, diese Metablöcke oder Copyright-Informationsblöcke und, 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 wo man Informationen einbetten kann, die so nicht ersichtlich direkt nicht dahin gehören. Ja, also hier nutzt man sozusagen die Spielräume innerhalb von Dateiformaten aus, um in Byte-Strömen das unterzubringen. Natürlich kann man das auch in beliebige andere Datenströme einbetten, aber Dateiformate sind schon ein sehr gängiger Weg, dass dort mehr Informationen drinsteckt, als man eigentlich dort erwartet. Das war es auch schon zum Thema Steganografie hier an dieser Stelle. Was ich deutlich zeigen wollte, war eben nicht nur, dass es relativ einfach zu implementieren ist, aber auch, dass es eben gut wie auch schlecht benutzt werden kann. Zusammenfassend möchte ich hier nochmal erwähnen, es kann also durchaus genutzt werden, damit Informationen aus Unternehmen hinausbluten, also Informationen an Prüfstellen vorbeigeschmuggelt werden. Es kann benutzt werden, um Steuerbefehle in kompromittierte Systeme hineinzubekommen. Es kann aber auch genutzt werden, um zum Beispiel Copyright-Informationen oder Urheberrechte in Bildern zu verankern, sodass diese eben nicht zweckentfremdet oder geklaut werden können. Also von dem her, Steganografie kann gut, kann schlecht eingesetzt werden. Man muss sich dessen aber bewusst sein, dass es das gibt, weil nur so ist man in der Lage, auch wirklich explizit danach zu suchen und das dann auch abzusichern, je nachdem, wie hoch dein Sicherheitsbedürfnis an dieser Stelle dann auch ist. So, dann hoffe ich, wird dir das Video gefallen. Ich habe noch einiges mehr zu dem Thema Sub-Security. Guck mal, welche Videos ich da noch so habe. Da wird sicherlich einiges dabei sein, was dich interessiert. Und wenn du Fragen hast, ich bin per Mail, Messenger, wie auch immer erreichbar. Man findet mich, stell mir Fragen, lass uns diskutieren, gib mir Anregungen, was du vielleicht noch wissen möchtest. Und ja, dann, was auch immer du gerade machst. Ich hoffe, du wirst dir gleich noch ein weiteres Video anschauen. Viel Spaß dabei auf jeden Fall. Und da kann ich nur noch sagen, ich werde jetzt hier noch ein bisschen durch den Wald laufen und die Gegend erkunden. Dir wünsche ich noch viel Freude bei dem, was auch immer du gerade machst. Und ansonsten, bleib gesund und wir sehen uns zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020